Hallo, okay, jetzt wollen wir ein paar Filme anschauen. Hoffentlich habt ihr dann ihr eigenes Popcorner oder sonst was mitgebracht. Ich habe dann früher über Mastodon gesprochen. Die Mastodons sind aber leider alle. Dazu gibt es aber für mich Pinguine. So, ich kann dann ein paar Pinguine bei den Filmen angucken haben. Ah, so, Poffi soll ich aber nicht essen. So, Blender ist das heutige Programm. Ich glaube, das ist richtig. Die haben die Filme schon gesammelt. Oh, sorry, Uber Blender. So, Blender ist ein integriertes 3D-Suite für Modellierung, animisieren. Das ist, um Filme zu machen, so 3D-Rendering und Filme zu machen, sowie auch Spiele. Damals, das kommt in der Zeitpunkt, haben die auch ein Spiel gemacht als offenes Projekt. Und das Blender-Projekt schafft Kurzfilme, um neue Features zu testen, zu zeigen. Zum Beispiel auf Big Bug Bunny, wollten die dann mehr Haar und Gras machen. So, das war das Feature dafür. Für Tears of Steel wollten die dann das Live-CGE machen, sodass man einen Arm zeigen konnte. Aber das kam an Roboter-Arm oder an Mora, wenn man das haben wollte. Und die konnten das dann bei Live-Action machen. So, die versuchen dann immer neue Features, um das Projekt zu verbessern. So, ein bisschen Geschickter. Das ist eher eine Liste. Ich mache keinen großen Vortrag darüber. Aber das wurde in 1994 gemacht. Und es wurde für eine Firma gemacht. Und die Firma ist runtergegangen. Und die haben die Erlaubnis bekommen, das QR-Code als freier Software freizugeben, falls die Geld kassiert haben. Es war 100.000 Euro oder sowas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber die haben das dann innerhalb von ein paar Wochen bekommen, um dass wir dann jetzt Blender als freier Software haben und wir das benutzen können. Und es gibt viele, in der Zwischenzeit jetzt 30 Jahre fast, gibt es viele Filmgeschäfte, gibt es viele Firmen, die Blender benutzen. Die haben dann die Blender Foundation gemacht, das als freier Software freigegeben. Und die haben dann erst das erste Open Movie, Elephant's Dream, gemacht. Das war 2006, wie ihr es hier seht. Und das, man kann das heute anschauen und ein neuerer Film, man sieht schon den Unterschied, von was man mit Blender machen kann, von der Zeit damals. Aber damals war es eigentlich gute Technologie, was die machen konnte für die damalige Zeit. Big Buck Bunny habe ich schon erwähnt. Wie ich meine, die wollten dann zu Haar und Gras und sowas machen können. Und die haben dann auch Joe Frankie als ein Spiel gemacht durch Blender. Und dann kamen wir zur Sintel, Tears of Steel habe ich schon erwähnt. Und bei beiden davon hat dann David Ravoy mitgemacht. Und der hat dadurch über Creative Commons gelernt. Ich habe vergessen, dass ich das erwähne. Die Filme sind alle unter Creative Commons. Nicht nur die Filme, aber die Quelldateien. Das heißt, ich kann die Quelldateien für Sintel nehmen und das ändern. Das hat einen Draken rein. Und wenn ich das will, kann ich das dann mit einem Huhn machen. Oder ich kann sagen, ich will, dass der Draken eher Regenbogen ist. Oder was weiß ich. Ich kann eine neue Sprache einstellen. Weil es alles Creative Commons ist. Und dadurch hat dann David Ravoy davon gelernt. Und letztes Jahr habe ich dann über Pepper and Carrot gesprochen. Und das ist der David Ravoy. Und der macht dann jetzt Feuerkunst, Creative Commons Kunst für uns. Und dann Kamenadis. Wir zeigen die, ich glaube, wir haben alle drei, die Kamenadis Filme. Und ich glaube, die wurden eigentlich als Privatprojekt zuerst gemacht. Und die macht Spaß. Das sind nicht alle von den Filmen, aber man kann sehen, die haben, dass die Akten erneut haben. Das letzte war Charge. Aber ich glaube, die haben ein Release vor kurzer Zeit gehabt. Und es kommt gleich einer. Und dann kommt vielleicht ein neuer Film. Und das war der größte Teil von der Geschichte, was ich erzählen wollte. Hier sind Quellen, wo ich die dann runterbekommen habe. Die Kamenadis und Spring, Frühling konnten wir durch PeerTube bekommen. Und das ist ein Service, um Video Hosting zu machen und teilen. Die haben wir dort bekommen und Blender wollte nicht, scheinbar wollte nicht ihr eigenes PeerTube-Konto machen. Und dann eines Tages wurde ihr YouTube-Konto geschlossen. Die haben das korrigiert endlich. Aber dann hat Blender entschieden, ihre eigene PeerTube-Instanz aufzumachen. Nicht alle Filme sind dort, aber viele sind da. Und ich würde empfehlen, das Fertewurst zu verwenden, wenn man die Filme anschauen will. So. Und das war die letzte Folie. So, wir können jetzt die Filme anschauen. 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 Oh, come on. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht nur die Filme, die gemacht wurden, aber wie man Blende verwendet, um zu lernen. Die wollen, dass wir das alles benutzen. Daher ist es freigegeben, dass wir das benutzen können. Okay. Habt ihr noch weitere Fragen? Ihr könnt sie jetzt stellen. Schreibt sie einfach in den Chat. Und ich frage für euch Hans. Und übrigens Blender des Blender Foundation sind in den Niederlanden. Die machen jetzt wieder ein Foundation auf, weil die dürfen wegen niederländischer Gesetze dürfen die kein Geld spendieren, Spende bekommen, als die Videos verkaufen. zum Beispiel. So die müssen eine neue Firma oder Dingsbum Foundation aufmachen, dass die Filme verkaufen dürfen. Wegen Steuergesetz. Ah ja. Ja, so. Guck mal in der nächsten Zeit, um weitere Weise, um Blender zu unterstützen. Und ja, ich habe das Open Films, PeerTube. Ja. Okay. Und es gibt vielleicht Blender User Groups. Wir haben eine in die haben eine in Seattle. Wir haben keine hier in Phoenix, aber die haben eine in Seattle. Vielleicht gibt es noch welche da in Deutschland. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine in Berlin gibt. Ah ja. So. Einer hat es mir gedacht. Das ist auch bestimmt eine sehr interessante Information. Trefft ihr euch dann online? Oder? Das weiß ich. Ich weiß nicht. Denn zeitmäßig ist das, kann ich das selten schaffen. Klar. Ja, ich denke. Unterstütze. Wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen. Danke. Genau. Ich denke, wenn keine weiteren Fragen kommen, dann können wir die Regie hier rausnehmen. gut Porque... Dann können wir die Regie hier rausnehmen. Vielen Dank.